So, und nun haben wir hier als nächstes einen absoluten Weltstar anzusagen. Der wäre normalerweise auch schon viel früher dran gewesen, aber der hat so eine aufwendige Garderobe. Das dauert immer, bis der fertig ist mit Anziehen. So, und hier, ich weiß gar nicht, ob er schon da ist. Ja, natürlich ist er da. Der Einzige, der hier heute Abend, morgen Abend und übermorgen Abend und eigentlich jeden Abend ist. Weil er der Einzige überhaupt ist. André Liebmann mit einem Welthit. Im zweiten Abend André Bad Pop Liebmann. So, hallo, Mahlzeit, schön, dass ihr nach seid. Sonne unter 30 Grad hätten wir eigentlich gehabt. Das ist jetzt nicht so. Oh, yeah. Oh, yeah. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Es kommt mal um den Weg. Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernsehen rauscht, leg ich mich aufs Bett und mal mir aus. Wie es wäre, wär ich nicht der wäre, der ich bin. So, am Tag, als ein König oder Königin. Ich bin mir, was der Volk an ist, kann ich auch. Ich würd mich mal wieder Tag, ein Tag aus. Ich kann ja wieder irgendwo in der USA reisen. Ich kann ja wieder Tag, ein Tag aus. Das alles und noch viel mehr. Werd ich mir, wenn ich König von Deutschland wär. Das alles und noch viel mehr. Werd ich mir, wenn ich König von Deutschland wär.